Im Herbst, wenn es kälter wird, suchen sich Igel in freier Wildbahn einen Unterschlupf und gehen dann ab November in den Winterschlaf. Der dauert dann fünf Monate. Die Igel fahren dabei ihre Körpertemperatur auf circa 5 Grad herunter und ihr Herzschlag verringert sich auf zwei bis zwölf Schläge pro Minute. Um das auszuhalten, brauchen Igel ein geschütztes Plätzchen. Igel brauchen im Herbst nur Hilfe, wenn sie am Tag herumlaufen, sich schlapp verhalten oder unter 400 Gramm wiegen.